Die Design-Tage in Coburg. Jedes Jahr fünf Tage lang ein Event. Nicht nur für Designer. Denn so viel Verschiedenes gibt es auf der Strecke zwischen Hofbrauhaus und Marktplatz zu entdecken. Nach wie vor der wichtigste und auch kreativste Standort der Design-Tage ist aber der Campus-Design am Hofbrauhaus. Doch nicht nur innerhalb der historischen Gemäuer kommen die kreativen und künstlerischen Ideen der Studenten zur Geltung. Auch die Anlagen rund um das ehemalige Brauhaus erstrahlen wieder in künstlerischem Glanz. Sei es der designte Biergarten, der trotz des schlechten Wetters einige Freiluftfreunde anzieht oder die riesige Kugel, die, umringt von kleineren Bällen, auch aus der Ferne gut zu erkennen ist und über eine kleine Treppe in ihr Inneres einlädt. Doch auch auf dem Weg in die Innenstadt haben die Design-Tage an anderen Orten ihre Spuren hinterlassen. So wurde der neu gestaltete Albertsplatz kurzerhand zu einer sogenannten Urban Lounge, einer Entspannungsoase, mitten in der Stadt. Auf Sitzsäcken und Paletten genießen die Besucher hier eines der zahlreichen fränkischen Biere oder können sogar kulinarisch zur Lokalpolitikstellung beziehen, mit einer Kuburger Bratwurst am Albertsplatz. Eine der Mittelpunkte der Design-Tage 2012 findet sich ein paar Meter weiter in der Ketschengasse, das ehemalige Modehaus C&A. Ein Leerstand, in den die Organisatoren vom Kuburger Designforum Oberfranken für fünf Tage wieder Leben einziehen lassen. Unter dem neuen Namen C&D, Kuburg und Design, finden sich auf zwei Stockwerken nicht nur Ausstellungsstücke regionaler und internationaler Designer, sondern auch interaktive Aktionen und Unterhaltung. Beim Action-Painting beispielsweise bekommen die Teilnehmer ein spontanes Kreativitätstraining verpasst und können sich an der Leinwand frei ausleben. Künstlerisch anspruchsvoll wird es dann bei NACKT, eine Art Performance von Studentinnen des Studiengangs Innenarchitektur. Die Zuschauer tauchen ein in eine völlig neue Klang-, Licht- und Tanzwelt. Auch in Coburgs guter Stube, dem Marktplatz, sind die Design-Tage voll angekommen. So verhüllt eine riesige Kuppel die Statue von Prinz Albert. Darunter präsentiert das Bierland Oberfranken rund 100 Biere aus der Region, natürlich mit Kostprobe. Und in den Räumen der Sparkasse zeigt der Bund der deutschen Innenarchitekten eine Ausstellung mit preisgekrönten Ideen und Innovationen aus dem Bereich der Innenarchitektur. Wer noch einen kleinen Umweg über den Steinweg riskiert, erlebt im Atelier des Fotohauses Wiesner zudem eine Ausstellung der Hochschule Coburg über die Entstehung und Entwicklung der Fototechnik in den letzten 80 Jahren, vom Phosphorblitz bis hin zur Digitalkamera. Das alles gibt es in diesen Tagen in Coburg zu erleben und natürlich noch viel, viel mehr.